Guck dir das an, man hat den Knall nicht. Sonst hör man die immer nur da vorne auf. Jetzt ist sie gerade so schön im Wasser geblieben. Jetzt geht sie wieder raus, aber du hast sie ja immer. Aber die war nur mit beiden. Guck dir das an, die ist ja falsch rum. Alle drei, schau mal das Foto an. Guck dir das 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 an. Der hat gesagt, er möchte nicht nass werden. Und da! Zippo! Oh, das ist schön geworden! Nee. Komm mal hier! Da! Oh! 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 Oh Mann! Guck dir das an die Zähne! Das ist ganz kaputt! Die will den für das Bierzeug essen! Oh Gott! Oh Gott! Hallo! Hallo! Hier ist der kleine Spielzeug. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin sehr glücklich, dass er sich an Land hat. Ich bin sehr glücklich, dass er sich an Land hat. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Oh! Das ist ja schön. Du musst ihn mal mit Weißen zu kommen. Hey! Da! Geschafft! Komm! Sag jetzt los und ich warte! Hey! Zeola, wir gehen weiter. Komm gleich vielleicht noch mal. Wir gehen gleich noch mal hier. Kannst du mir das schlucken? Kannst du mir das schlucken? Kannst du mir das schlucken? Wer hat denn die Sonne, will wir vernichten? Wer hat denn die Sonne, will wir vernichten? Wer hat denn die Sonne, will wir vernichten? Ja. Auch nicht so. Wir haben die Schlupter das nicht runtergebracht. Kommt das Blasch, die wir runterkommen? Wir werden nicht so gut bekommen. Alter! Halt. Machen wir ja, ganz schön. Halt. 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 Vielen Dank.